hallo heute geht es weniger darum was wir essen sondern wo wir essen und das schauen wir uns jetzt mal an okay wir gehen jetzt mal raus und wir essen da wo andere urlaub machen nämlich im vorharz also wir zeigen mal wo die mitarbeiter hier überall essen einmal natürlich hier drin aber was ganz cool ist draußen auf der terrasse hier sonnenterrasse 25 grad sonnenschirme natürlich im asklepius grün wie gesagt wir essen hier wo andere arbeiten und urlaub manchmal kreisen hier die geier hätte ich beinahe gesagt die adler und falken und das ist natürlich ein besonders schönes ambiente um auszuspannen wenn man angekommen ist auf der sonnenterrasse hier ein schönes mittagessen zusammen mit meiner kollegin renate frischkorn personalleiterin in der region im arz